Es gefällt mir nicht, dass wir gar nichts zu seiner Party mitbringen. Chuck und Michelle haben darauf bestanden. Chuck, wir sind da! Lilly! Heute Nacht hat uns die unheilige Gottheit ein Geschenk gebracht. In Form eines perfekten Opfers. Sie sind alle tot. Ich rede mit niemandem und genauso gefällt es mir auch. Ich bitte Sie, helfen Sie mir! Lassen Sie mich rein! Wir wurden angegriffen. Von den Freaks in der Wüste. Wir haben einen Platz zum Kämpfen. Guten Abend. Anscheinend hatten wir einen schlechten Start. Was zur Hölle wollt ihr von uns? Wir hätten die Kleine gern zuerst. Öffnet sofort und wir werden Gnade walten lassen. Wenn ihr nicht auf der Stelle von meinem Land verschwindet, dann werde ich jeden Einzelnen von euch umbringen. Ihr fahrt heute nirgendwo hin. Und ich hab genug von Pappen, die euch alles verwüßen. Du lässt sie so fußlos. Je länger, desto schmerzvoller wird es. Wir wärmen uns auf vor der Hauptattraktion. until... ... ARD Text im Auftrag von Funk